So, da sind wir wieder. Hier ist der Renten, neben mir sitzt der Ranking. Und wir sind bei dem 5 Prozent. Wir müssen in die Iceberg Launch oder sind dort schon. Ich weiß es gar nicht. Bin mal gespannt, bin mal gespannt. Rescue Mr. Freeze vom Pinguin in dem Museum. Warum müssen wir denn eigentlich rescue, weil Mr. Freeze ist ja meistens ein Gegner von ihm. Oder generell ein Gegner, oder? Ja, aber der könnte vielleicht die Lösung haben. Der könnte vielleicht sagen... Ich hab die Lösung. Ich hab dich lieb. Oh, erst mal der Mantel geschmissen. Ich hab Eis für dich. Ich hab Eis. Ach, müssen wir den Scheiß jetzt nochmal machen? Na gut, wenn es so ist, dann... Äh... 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 Sohle! Zack! Fahrt damit! Ah, jetzt kommt wieder das. Skip! Jawohl, so. Okay, denn da unten haben wir ja schon mal befreit im letzten Part. Uh... Uh... The Ice looks unstable. Mr. Batman, helfen Sie mir! Bitte, Mr. Batman! Oh, Mr. Batman! Oh, Mr. Batman! Ja, ja. Ja, ja. Soh! Uh... Okay, das haben wir jetzt alles schon gesehen. Ah, steht der Mäus. Oh! 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 Guck dir da raus! Alter Vater! Hahaha! Ach du Scheiß! Hahaha! Gut, dass wir das mal gesehen hätten, was dann passiert. Ein Hai im kalten Wasser? Okay. Ich hab's verkackert. Ist das ein Nordpol Hai? Ja, wahrscheinlich. Müsst du eigentlich einen Schal aufhaben, oder? Hi Mr. Nordpol Hai! Nordpol Hai! Hi Mr. Nordpol Hai! Kacke! Also, ich wollte eigentlich nur aufs Eis und dann langsam früher laufen. Aufs Eis war schon Millisekunden. Oh! Ach so! Also, langsam laufen geht. Ich trage mich mal, ich hätte es ein bisschen leiser machen. So! Oh, 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 oh! Aha! Langsam, Batman! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Das war doch das letzte Mal, was... War man das, das... waren wir schon so weit? Nein, wenn der Luft gehört! Ah! Ich will da hin auf das Boot. Ich glaube, das hilft mir, hier drüber zu kommen. Glaube ich. Schau mal, das sind Leute im Wasser. Ja. Ob das noch Leute sind an sich? Äh. WTF? Ich wollte nur auf das Boot. Okay, ich versuche mal einfach geradeaus zu gehen. Okay. Ja, ja, ja. Mit seinem Flaschenboden in der Ark. Ja, Cola ist das. Ich habe gedacht, dass von Cola ein Eisbär, das Maskottchen wäre und nicht ein Pinguin. Normal schon, ja. Ja, normal schon. Vielleicht ist es ja auch Afri-Cola. Afri- Oh, langsam Batman. Langsam, langsam, langsam. Ich versuche mal hier in die Eisberg-Launch zu kommen. Jawohl. Und weg damit. Ja, endlich. Super. Okay. Ach, ich muss die da unten erstmal holen, irgendwie. Wie, was, wo, was. Ach, da sind die wo, die da unten schwimmen. Ja. Es ist da an der Wand hängt einer. Da unten. Ja. Ist einer tot? Die sind doch tot, oder? Der da unten steht noch. Oder ist der... Ne, deceased. Status deceased. Ach, ist nur krank? Ne, tot. Deceased ist von uns gegangen. Ach. Weg damit. Kann ich Englisch oder was? Edel. Sickness. Sick. Ja, das ist krank. Scheiße. Ähm. Hm. Bleib doch einfach da, Hocke. Oh, 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 oh! Nein! Hahaha, fuck. Dass man dem Scheiß-Heiach nicht mehr ausweichen kann. Ja, ja. Da geht gar nix mehr dran. Ja, 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 ja. Enjoy it. It's your last. Du bist ein sehr guter Orangensaft. Ja, ein sehr guter Orangensaft. Ja, ein sehr guter Orangensaft. Ich hab dir irgendwo auch die Flasche hingestellt. Der Raven King trinkt leckere Orangensaft. Von mir gepresst. Ja. Aus mir gepresst. Aus ihm gepresst. Sehr dickflüssig. Ich hab ja fast die Vermutung, dass man da runterlangen muss. So. Ach, komm mal. Da ist nur ein Riddler-Ding. Der lebt doch noch. Jaja, das ist der, den wir vorhin befreit haben. Stimmt, der ist aber auch blau. Ach, du Scheiße. Ich versuche jetzt noch einmal auf das Eis zu gleiten. Ganz sachte Batman. Gut, Batman. Kann ich wirklich so links an einem... Ich vermute, dass wir auf das Boot noch müssen. Und dann weiter? Weiß schon nicht. Keine Ahnung. Ach, komm mal da. Die Unterkörper-Koppen brauchen meine Hilfe. Wenn man mit so einem... Oh, Scheiße. Mit so einem Enterhaken auf die Erde wird mich entern. Die ganze... Ja, wär geil. Ah, siehst du, das kannst vielleicht auch drauf. Aber... Zack. Was ist dir das jetzt... Hab ich irgendwo... ...Bettklar. Siehst genau so... Nett. 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 Ja, geil. Hammer. Was muss los jetzt? So. Irgendwie das Eis zerbreche erst einmal. Vielleicht so, wenn sie... gewischt. Ach so. Ich weiss es dann. Nett. 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 Ich hab's im Kopf, dass es so irgendwie gegangen ist. Aber... Wenn das Emot durchbricht, dann stirbst du dann halt immer. Aber das wär blöd. Das wär ein dummes Spielprinzip. Dummes Spielprinzip. Nett. Ja, vor allem, man stirbt ja. Nett. Direkt. Ah, komm mal da. Haha. Da verfügte Batman, was rausgerät. Zack. Hopp. Komm her. Alla hopp. Ah, super. Jetzt kann man nämlich sto lang. Ah. Gott. Ich komm hier schon. Wie ist denn das? Drei? Ich glaube ich. So, und jetzt? Noch ein bisschen weiter runter, oder? Zack. Einfach rausgebrochen. Einfach rausgebrochen. Ich brech da jetzt die Bälle. Ah, die wärst du jetzt wahrscheinlich alle auf das Boot sammeln müssen. So die Rundmacher, oder sowas. Ah, da ist noch einer. Genau. Wenn man's weiss, gar nicht so schwer. Ich hätte doch voll Schiss, dass ich dem irgendwie durch den Brustkorb durchgehe, oder so. Es ist Zeit, deinen Gehirn zu holen. Kein Problem, Sir. Es gibt noch mehr von uns. Wenn sie noch leben sind, ich finde sie. Ich finde sie. Ich finde sie. Ich finde sie. Neith! Hilfe! Bitte! 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 Vielleicht war's mit dem Nächsten. Sind Wanns jetzt alle? Insgesagt mit dem Schwarzer drei? Ja. Ja. Ah. Und Batman heult mal hier jetzt. Nimm mich rum. Dass er zurück muss, oder? Batman, Batman, Batman. Batman. Oh oh. Wow! They're using thermal imaging headsets. Anyone wearing them will be able to spot me hiding up in the darkness. Ah. Das ist der Raufbau ein bisschen für den Arsch. Ja. Das heißt, die wohl als erstes ausschalten. Oh. Aie. Scheiße. Wamen gleich zwei? Ah. Jetzt muss ich erst mal überlegen wie ich es mache. Erst die zwei auf jeden Fall und dann der andere irgendwie. Kannst du halt dass die, ehhhhhhh. Ah, scheiße. Dass sie die Fang noch umbringen oder sowas? Das könnte passieren, ja. Ich würde aber dann halt zuerst die zwei Links dann machen. Ah, dann eben. Jetzt mit Batman. Zack. Du musst nur schnell sein. Ich habe keinen Smokepallet geschmissen, aber... Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Ja, geil. Das ist richtig geil. Das ist geil. Das ist... Das war nix. Das war nix. Das war nix. Geh weg, Batman! Ah, scheiße. Ah, war das scheiße. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte gar nicht losfliegen. Ja, komm! Ja, komm! Kamerionett, ne? Ach ja. Denkst du, ich könnte denn leiser erwischen? Ich leine mal. Ich leine mal. Jetzt. Ich habe ihn auf. 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 Ich werde ihn auf. Die nächste holt. Ah, das sind vier insgesamt, okay. Wow, 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 wow. Nur ein bisschen konzentriert gerade. Ich krieg die ja nicht zu zweit wahrscheinlich. Ich sehe ihn, oder was? Ich sehe ihn! Du fühlst mich? Kann ich irgendwie auf den Dino? Nein, oder? Ah, jetzt sieht er mich halt, oder? Boah, wie soll ich denn Trier jetzt mal ohne Scheiß? Batman bräuchte einen Sniper. Ja, Batsniper. Scheiße! Ich hab gedacht, so krieg ich ihn. Es tut mir leid, Leute. Ich hab's mal wieder verkackt. Aber gut. Ich kann's dir mal angucken. Wird er wieder schlecht? Nein. Das kriegst du schon hin? Du kriegst alles hin und wenn er 100 Versuche braucht, dann kriegt er sie hin. Und dann kriegt er sie hin. Spätestens dann. Spätestens beim Hunde. Spätestens dann. Ich möchte erst wirklich alle klapp machen. Ja. Geschirr. Ich hab's. Sehr gut. Ah, super. Ein M-Run. Direkt durch. Direkt durchgezittert. Ein Keller sagt Danke. Ein Keller sagt Danke. Ich hasse euch alle. Ah, jetzt. Hallo? Ah. Zu Gordon. Zu Gordon. Ja? Mit einem Manns-Grupp? Da ist eine Manns-Gruppe mit einem Manns-Gruppen, oder? Nein, Manns-Gruppe. Böse-Gruppe. Ist er so gai, oder? Böse to Mann. Böse to Mann. Böse to Mann. Ah, hier siehst du übrigens die Riddle-Zeige für die Catwoman. Stirb! Wo muss ich jetzt hin? Muss ich auf die Karte gucken? Ah, zurück. Ah, ich bin so ein guter Batman. So ein feiner Batman. Und dass ich jetzt 500 Versuche gebraucht habe, ist auch nicht so schlimm. Ah, ja, ist schon ein bisschen schlimm. Aber wenn du überlegst, ne? Ah, nein, das will ich gar nicht. Nur durch das Doom herumrennen jetzt. So, da gucken sie. Also noch fresh. So. So, jetzt musst du... Jetzt muss ich vermutlich auf die Karte gucken. Ich bin hier. Hier ist Kenner. Und hier sind noch zwei. Was bedeutet, wir müssen in diese Richtung. Can you hear me? Of course you can. Thought you'd like a little entertainment to go along with the Ice game. Tell them your name, son. Hopp. Yeah, screw you. Oh, this Piggy's still got some life in him. Good. Let's hear him squeal. Ach ne, das wäre eine Ente... Was wolltest du gerade noch machen? Schwein. Ja. Wee, wee, wee. 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 Wow. Oh, der grödel sah. Woh, derxo. Hm? Wie he weiß, wie zu sein eigenes Weapon. Wow. Derbait hat den Frieder auch eingefroren. Für mich nicht benutzt er nur seine Waffen. Waaah, fuck! Also ich... Hier kann ich nicht viel anrichten. Wie gesagt, wir müssen versuchen, den Mr. Freezer zu finden. Ja, ist gut jetzt! Das ist ganz krass! Gut, dann such mal mal den Freeze. Oder war ich jetzt auf dem falschen Weg? Äh... Exit will ich schon nicht, ne? Dann probieren wir mal, da jetzt gleich rechts zu gehen. So... Obacht! Ah, spaßender Eisberg-Launch! Wunderschön! Jetzt geht doch eh das Tor zu, oder? Jawohl! Oh, was sollst du jetzt machen? Wir haben nicht gesagt, dass das passieren würde? Entschuldigung! Hehehe! Hehehehe! Hehehehe! Maybe you should go look for a can opener! Mal den Device hacken! You're trapped out there! You should just turn right round... Und dann gibt's auf die Fresse! Kippe! Ja, du kommst nicht über das Ding! Es ist das beste Wayne-Tech-Kin-Offer! Sooo... ... ... Das ist so okay. How do you do that? Okay, jetzt könnt ihr nichts mehr machen hier. Nicht um Papplen. Ha, durch! Der Helm durchgeboxt! Zack!